Herzlich willkommen einmal wieder an Bord von AIDA Nova. Heute, da wollen wir uns die Restaurants ein bisschen angucken. Ich stehe hier im Belladonna-Restaurant und hier die Dächer sind schon gedeckt, auch die Steine sind schon an den Säulen. Wenn dann hier einmal die Decke geschlossen ist, dann geht es ruckzuck mit großen Schritten voran und schauen wir einfach mal ein bisschen, was es sonst noch zu sehen gibt. Ich stehe vor der großen Showgalley immer noch im Belladonna-Restaurant. Hier wird später das große Antipasti und italienische Buffet aufgebaut. Ja, und in der Showgalley, da werden dann frisch die Speisen zubereitet, wenn auch immer alles direkt frisch auf den Teller kommt. Wir befinden uns hier im asiatischen Teil von AIDA Nova. Ja, und der Teil liegt mir so ein bisschen besonders am Herzen, denn es ist ja schon ein bisschen mehr als ein Jahr her, dass wir Nagasaki mit AIDA Perla verlassen haben. Und ja, Japan und auch das japanische Essen, das haben wir ja ein bisschen lieb gewonnen. Und hier befinden wir uns in der japanischen Küche an Bord von AIDA Nova in unserem Teppanyaki-Restaurant. Hier sitzt man später um die Teppanyaki-Grills herum und kriegt bestimmt auch ein gutes Stück Nagasaki oder Kobe Bufi. Und da freue ich mich schon richtig drauf, wenn man dann irgendwann hier mal am Grillen sitzen kann und japanisches Essen genießen kann.